Halli Hallöchen und Willkopp warum komm ich mich nicht bewegen also willkommen zurück bei Conan Exil Uaaah und die Phase auch dabei hab ich mich erschreckt ne ich bin nicht da ich tu nur so ok das ist gut ich würde gerne welch viel bräuchten da 25 Steine für ne Mauer ich würde gerne mal ein Haus jetzt bauen ja das kannst du gerne machen muss ja nur ein kleines sein das wir da ein bisschen Unterschlupf haben ja 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 ich bin mal ein bisschen so am gucken hier ich bin ein bisschen am kicken hier ich hab so ein bisschen Bodenfläche gemacht ja da sind noch Viecher da sind noch andere das ist ein anderes kleines Legerchen ich muss aber gleich nochmal eben äh was äh da läuft so ein größerer rum da läuft so ein größerer rum mal gucken ob ich ihn legen kann Aua der macht aber Aua ey macht aber Damage der macht aber Damage Ah ich habe ein Platt gemacht ja Tierhaut sauber Ach die Kiste ist im Weg Shit ein bisschen Fleisch soo die Kisten kann man auch die Kiste ist im Weg die kann man glaube ich aber auch umstellen puffig so Entschuldigung ey warte ich muss die bei ihm öffnen ja kannst wir jetzt solltest du jetzt wieder können so jetzt voll im Haus drin voll ätzend solltest du wieder können solltest du wieder können ja das blöde ist dass man auch nicht überall so 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 Böden hin tun kann und man kann nur an dem Fundament bauen ich glaub sie ich glaub sie ist gar nicht mal so einfach jetzt hier ein Haus zu holen ja das wird ein bisschen sehr komisch aussehen aber egal ja ist doch egal das ist doch egal sag ich jetzt mal ich hab grad ein Steak extra nochmal reingelegt aber ich müsste auch gleich mal was trinken oh ja ich bin auch fast davon verlassen ja sollen wir ihm gehen wo bist'n du ich bin hier äh wo ist hier ja ja hier ist aber ne gute Angabe ja wir sind vorbeigelaufen ok ich reparier nochmal einmal kurz mein Schwert zack du bist eine Stufe aufgestiegen yeah was war das boah der blöde schwarze Kater der geht mir so auf den Sack so wir sollen uns dann lieber vielleicht mit dem Menschen anlegen da wobei ich glaub da ist jetzt noch einer ist da einer ah was hat der für ne Waffe ah der hat ne ah der hat ne Hammer ach so ne Streitkolben aber ja kann ich übrigens auch machen Ticket all so hab ich hau mal ach so ja okay der hatte diesmal nur Menschenfleisch und trotzdem machen wir es wieder kaputt oh du musst glaub ich die Wetten auch zerstören hab ich doch gemacht gehabt so Vorsicht da hinten denk an die Krokodile da ganz hinten durch ne nicht dass du wieder in die falsche Richtung läufst und dann nicht wunders sauer ich bin voll doch super 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 läuft ja blauer als blau ja genau ach so in die Richtung wollte ich jetzt nicht ganz so na da würde ich nicht in die Richtung so gehen ne ich wollte jetzt eigentlich zurück eben die ja okay Mauer nur so auch nicht das nur ein Mensch wo ja die will ich immer gern erliegen das sind nämlich Eier der hat auf die Eier abgesehen die will ich haben vielleicht tut er uns auch nichts der tut uns nix Wanderer war mit dem Reden Anfang gab es nur wenige von uns aber jetzt offenbar stoßen woche für Wochen alle sind nicht alle so freundlich wie ich vergiss nicht pass auf dich auf da draußen gibt es viele verzweifelte Menschen das Armand du kannst es nicht ablehnen einmal hat sich ein Narr den Arm abgeschnitten um es loszuwerden der arme Kerl ist im Sand verblutet war kein schöner Anblick verhalte es an früher später hörst du dann die Stimmen und dann fängst du an die Geister zu sehen ich denke die Stimme sprechen nicht mit uns nicht im Hier und Jetzt ich glaube sie sprachen so schnell kann ich nicht lesen wann auch immer Auf Wiedersehen Äh Äh Krokodil 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 Bist du tot? Faye? 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 Ja ich bin tot sorry ich hatte eben Nase geputzt achso boah alter dann machte sowas nicht da ist der Typ muss man ne Leiche ich kann mich schon wieder nicht bewegen es geht einfach ne ich kann mich gar nicht bewegen ich ja wahrscheinlich weil ich zu weit weg bin ähm Zuflucht ja ich kann jetzt grad gar nix machen ja ich komme sofort die Eier bieb mich mit Kraft was? da kommt ein Krokodil alter ja das ist was ich gerade schon hatte das war weil du so doof da standst so ja das hat mich zu dir gezogen achso so ja oh es wird wieder dunkel äh hattest du die Eier ja ja ne die Eier konnte ich nicht nehmen ne ne ist alles gut alles gut alles gut aber äh ich hab mich einfach hinter der Wand bei dir äh in einem unfertigen Haus versteckt da ging das so einigermaßen dann das Zuflucht ja so ganz minimal aber die dicke Dicken sogar halb das weiß ich jetzt nicht ok ich muss jetzt erstmal eben alles ausrüsten wieder so vernünftig ja und reparieren auch ne ähm wie sieht das bei dir mit dem Essen aus? äh kann ich jetzt nicht mehr reparieren wie sieht es bei dir mit dem Essen aus? äh 88 also ok ich hab auf jeden Fall ein Steak gerade äh in die Truhe gelegt wir wollen mal ein Schwert wieder hier hin das muss ich mal eben reparieren meine Axt ist noch voll und die Wände wollte ich jetzt mal eben setzen äh äh auf 3 hab ich die aha so äh dafür brauche ich 50 Tierhaut 160 Holz und 240 Steine wie ich die Fee kennen hat die wahrscheinlich mal den ganzen Steine geklaut ja natürlich hat die anderen Steinen weggenommen das ist witzig ja so ich hab eh noch nicht genug Tierhaut äh ich hab schon wieder Menschenfleisch bei mir und die anderen Wände ja jetzt muss ich warten bis Tag ist aber jetzt seh ich nix mehr ich hab ne Focke bei mir ey ich hab ne Focke ey ich hab ne Focke ey ich hab ne Focke und baue ich dann nachher ein Fundament oder so noch vor ja sonst äh baue ich gleich irgendwo äh anders noch ne Kiste hin und dann rollen wir das eben um und dann äh reißt du die Kiste ab ja ja dann kann ich aber ein Fundament da wenigstens reinsetzen so ein dickes Ding ja ja äh ich seh nix das ist echt nicht einfach hier zu bauen so hier aber ich müsste meine Torch mal eben reparieren wie Pia so okay ich muss hier noch Fundamente irgendwie hinsetzen mit damit der Boden wird hier zu ist damit wir dann durch die Tür und so rein machen können äh das ist voll doof hier zu baut also äh ach so ich hab kein Holz und kein Zivier und Zivier muss man zuerst stellen kann ich Holz kann ich mir hier auch was ist dort doch natürlich kleiner Koppel und Tod ja hau auf hau auf gibt es uns gut Tierhaut ja die brauchen wir auch dann kann ich auch nämlich die Rüstungsbank äh ja nachher setzen wird jetzt glaube ich langsam Hell kann das sein ja wir sollten vielleicht mal ein bisschen nach Fleisch und so jagen weil äh ja ich bin dabei ich hab auch wieder diesen komischen Korpse heißt der oder Korpse so Tierhaut Wildfleisch hast du mich jetzt erschreckt ich bin nur hinter dir da deine muss ich nachher noch sammeln ja ich bin auch dabei ich brauche nämlich auch viel Stein dann ja ich auch alleine zum äh was du für die ganzen Fundamente ja du brauchst echt massig Steine ja allein zum reparieren aber das geht eigentlich ja reparieren ja das geht aber eigentlich ja aber nicht nur reparieren auch hierfür ähm ja mal ja das ist was für die Fundamente damit wenn wir zu fliegt haben und die Decke und so ja klar okay ich kann es nicht abreißen ich kann einmal hier aufgestiegen strange vitalität präsentation überleben ich mach mal das und auf überleben mach ich auch noch mal einen punkt hoch rezepte lernen ja hab ich auch wieder drei verfügbar ja wir sollten jetzt aber auch nur weiter jagen wir brauchen echt ein bisschen fleisch haben wir auch faser machen wir auch immer massig und du jetzt hier runter gegangen richtung wasser ach da ich sehe dich ach du bist doch da hinten runter gesprungen ich wollte die eier geholt haben jetzt mal hopp 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 so eier geplaut schnell weg vielleicht da hinten nochmal hin um irgendwelche anderen viecher zu finden wo hinten wir da wo der krieger durchleucht wo laufen wir hier oder was ich wollte nur nicht überlegen noch eine oase und da sehe ich schon so ich nenne die immer goble die sind so holen goble golem golem oder so ein paar mehr okay das ist nicht gut wer mich jetzt anvisiert irgendeiner hat mich anvisiert zwei stück ich will mich dazwischen weil du mich sonst mal schlägt Tierhaut und Wildfleisch ist gut so der nächste kommt auch ja das wäre auch mal was gutes wenn man was großes fangen irgendwas noch an ich hab noch keine Waffe mehr muss meine Waffe reparieren so ach das noch einer das ist doch gut da du bist du da meine Waffe ist kaputt ja geh mal weg so wo bist du ich bin tot oh ne nicht schon wieder ich bin auch schon wieder hier gespawnt da bist du da sind deine Überreste weg all musst du mit Steinen reparieren deine Waffe die ist weg echt echt das Problem habe ich nämlich immer ok ich mach dir eben eine neue dauert ein paar Minütchen meine Axt liegt irgendwie hier schwebt hier und ah ok ja wird vielleicht doch mal Zeit oh oh wer hat mich wer hat mich oh Goblin aber der hat nicht mehr jetzt nicht hä ich mach sie erst kaputt ich kann jetzt gerade nicht ich bin hier außer Gefecht so warte ich geb dir auch mal direkt deine Waffe oh meine Schuhe sind hier zack glatt gewesen kommst du dran an die Waffe jo Vorsicht geh mal weg ja manchmal ist das sehr kurios alles so ich bin fast voll aber das heißt ich müsste jetzt eigentlich gleich mal wir müssten jetzt mal wieder zurückgehen ja ich noch nicht ich bin noch nicht voll ja ich weiß nicht ob wir das mit den beiden da hinten aufnehmen wollen oh ich hab eine Lebensmittelvergiftung ok irgendjemand hat uns leider schon ja die Alpen eine Duse aber das dumme ist das du mich ganz halt schlägst jetzt Fallspitzen ja eine Lebensmittelvergiftung danke dass du mich ganz halt äh mir Schaden verursacht hast nicht ich bin schon fast tot ich verliere die ganze Zeit wenn ich hab eine Lebensmittelvergift ja dann geh doch mal weg warum schlägst du mich auch die ganze Zeit dann ist der friedlich nein ist er nicht oh der ist aber gut bewaffnet alter äh renn renn ne beide zusammen ne 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 rennt der ist der ist tot achso weil ich hatte jetzt echt nicht mehr viel der hat nix drin äh toll der hatte nämlich echt äh äh mich ziemlich weit runterge- ich hab eine Lebensmittelvergiftung ich weiß nur nicht wie ich die wegkrieg ähm gar nicht die geht nach Nachtzeit weg warum hast du eine Lebensmittelvergiftung was hast du gefressen ich hab einen Wurm gefressen ja darfst du ja auch nicht äh doch der war ja noch eigentlich haltbar der war zum Essen so ein Fettwurm ja aber die muss ja erst kochen nein musst du nicht geht nicht hab ich schon probiert so wir gehen erstmal wieder zurück würde ich sagen ja erstmal wieder ins Lager ich nehme nur direkt Pflanzenfasern und all sowas mit ja ich will dir jetzt nix klauen ja ich nehme sie jetzt einfach nur so mit damit man es hat weisse weil damit was ist ganz schön angeschlagen dann lauf mal hier gut an der Seite an müssen na ein Goblin kommt den mach ich kalt kein Thema aber ne ich kann nix machen ich bin doch zu das ist ne Höhle glaub ich oder ne doch nicht sah grad so aus nö das ist keine Mühe Haki ich hoffe ich überlebe die Lebensmittelvergiftung aber weiter Prozent geht ein Leben jetzt gerade nicht runter doch wie die Wahl wo müssen du ja das war ins Lager wieder gehen ich weiß nicht wie man aus Alubira Prozent gesundheitszünder jeder muss bestimmt was erlernen mhm äh die Samen die kannst du irgendwie die wir finden die kannst du irgendwie in so einem Mörser wo ist denn jetzt unser Lagerfeuer ach da oh kein Holz mehr drin ja macht nix ich hab Holz ja ich hab 28 jetzt reingepackt ach so äh das ist fertig nein schon nicht ja jetzt das ganz das 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 ja die das 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 anrufen oder er Prozent da das ist jeder der Lebensmittelvergiftung habe ich überstanden jetzt knapp so jetzt haben wir echt mehr jetzt haben wir auch 77 Tierhaut ist auch super ich muss wieder Repair was? Moor? Feuersteinpfeiler habe ich gefunden achso Hä? Repair und Repair so ich gehe noch ein bisschen Steine sammeln dieser sammeln Steine sammeln Steine sammeln Steine sammeln Ach ja ich muss ja noch das wäre nicht schlecht weil ich muss noch Fundamente setzen damit ich hier sammeln deine eigenen Steine ich will mein Ding da machen nee Bau erster Ding kann man das kratzt sagen ach ich brauche jetzt noch Holz Helga Schwede Holzbausen ja ja hab ich schon wo ist das denn her ah woher ist das außer Kiste von Sankt Nimmerland von Sankt Nimmerland mhm von uns alle ich hab auch du machst ja auch rein jetzt kann ich mich herstellen weil ich brauche echt viele Steine für den Baum mhm ja gut ist ja auch ein survival game soll noch ein bisschen schwerer sein ne sonst wäre es ja auch recht langweilig sag ich mal ne ach quatsch was quatsch das ist nicht langweilig sogar wieso kann ich ja die Lava immer ne weißt ja gar nicht was ich meinte ne äh ich spreche dich an und du sagst dann äh ach quatsch ja ich hatte dich hier Fragen stillt dir ja aber scheinen jetzt wohl egal zu sein nee ich bin hier gerade was aufgucken wie ich das zu krieg nein das ist werden äh natürlich wär's langweilig weil wir jetzt hier schon alles weiß ich ich bin schnell und nur sie sind voll ich erst mal ein Paket auf welcher Glück aber nicht das ist und ich habe gekotzt glaube ich ich habe mich überfressen und so wichtig nein ich bin schon wieder voll ja kommt Samen brauche ich nicht und Tier wird die Menschenfleisch wollen wir ja auch nicht sind ja keine Karniwahl äh ist nicht gut nö Menschenfleisch tat uns nicht gut so hier kann ich das auch eine Vergiftung da ja genau ich habe noch verdorben wie ist keine Sorge da würde ich aufsteigen davon mal ab nö 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 verdorbenes Fleisch oder was ich da hab drob ich mal hier hinten und kann keiner mehr einsammeln versehentlich und voll und ziehst mich schon wieder zurück Entschuldigung ich denke ich soll Steine sammeln ich bin auch Steine absammeln Nein, das ist ja nicht schlimm, passiert halt ich muss eben die Axt gleich reparieren ja, das ist das ist ein bisschen nervig, muss ich jetzt sagen ja gut, das verständlich, das sind ja nur Steindinger so, jetzt will ich da eben mein Steinpicksspitzhacken ist kaputt nein ich baue jetzt mal eine Tür schon mal rein ja, macht das so, großer Steinpicksspitzhacken ist mehr an dem Fundament ah, das ist gut mal gucken, ob ich daneben noch ein großes Fundament hinkriege so, zack so, toll so, toll was denn? was denn toll? hallo? wär schön, wenn du mal antwortest wär schön, wenn du mal antwortest wenn man dich was fragt wir müssen hier irgendwie das wegkriegen was? die Kisten ja ich wollte die ganze Zeit ne neue gebastelt haben aber jemand war ja da ganz dagegen da mal jetzt noch ein paar Steine hast du ne Tür jetzt hier eingebaut irgendwo? ne, noch nicht äh, was hast du denn da gebaut? ja, musste ich so bauen, weil sonst krieg ich das nicht zu und da wo das Ding ist, würde ich gerne ne Tür hin machen soll ich, soll ich ne Kiste hier reinbauen? ja, wäre glaubst du, ja dann wärs vielleicht auch sehr sinnvoll wenn ich ein bisschen Zwirn behalten darf und mal Holz nehmen darf ja, mach doch vielleicht solltest du noch, die zweite Kiste auch da reinbauen, weil draußen ist ein bisschen ja, ja draußen kannte man die einen, die so halb in dem Gemäuer steckt, könnte man ja als Steinkiste nutzen aber für alles andere drinnen ja, das würde ich schon machen so, eine Kiste wird gerade hergestellt wo hättest du die denn gerne? oder in unserem geilen hässlichen Konstrukt ja, das ist wirklich sehr hässlich, hast du das gebaut aber ich weiß auch nicht, kann ich das auch wieder abbauen? ja, kommst du jetzt eben wegen der Kiste, sonst äh ja, warte doch mal eben fand ich nicht warte warte hier oder was? hier, so einfach irgendwo in der Ecke so, komm mal da ja ja ist zwar nicht hübsch dann räume ich eben die Kiste hier weg ach so, take it all, zack oh nein, ich kann mich nicht bewegen du müsstest irgendein paar Sachen nehmen von mir ja, dann ich schmeiß mal zack und zack so, ist das Holz ich muss mal gucken ok, gerade hier kann ich mich noch bewegen ja, 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 ja so 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 hier ist auch das Fleisch drin so ach ich muss mal eben was essen, glaube ich ja, hier ist ein Steak drin und ich muss ganz dringend was trinken schon wieder ich habe nur noch 18 ok äh äh so oh ja ich habe auch nicht mehr viel ich muss mal eben das Holz hier rein die Samen ich habe die Kiste jetzt zerlegt auch rein die Steine lasse ich aber hier hat die dann lassen wir auch ganz schnell eben was zu trinken holen so, ich habe hier eine Kiste zerlegt dafür habe ich Holz wieder gekriegt ich baue dann nachher eine neue Kiste und dann und da kommt jetzt so gleich die Tür hin ja dann lass mal schnell ja also noch ungewohnt so zu bauen vor allen Dingen du musst echt gucken wo setzt du die Fundamente wenn das zu schief ist kannst du nicht setzen ich muss nur eben Pflanzenfasern sammeln dabei oh, ich muss mal eben meine Waffen reparieren ja das wäre vielleicht sehr angebracht bevor wir sterben so oh, mein Fuß ist eingeschlafen oh, da sind zwei Krieger ich komme ich komme irgendwo höre ich gerade Geräusch ah, du hast Viecher gezogen oh da, hier also oh, ich bin durstig scheiße ich bin sehr durstig scheiße ich bin sehr durstig scheiße warte ich bin hier wieder verdursten ich habe schon rot gut so, der erste greift an oh, was hat der denn alter danke Faye danke du hast mich gerade getötet nee doch gestorben durch Faye echt? ja wir müssen weiter auseinander ja, du solltest ja gar nicht mit draufhauen ja doch nein den hättest du alleine nicht platt gekriegt ja, danke ich habe jetzt du wurdest getötet ja, jetzt bin ich aber hier gespawnt danke wieso bist du da gespawnt? ja, weiß ich nicht weil du vielleicht vorhin dein Bett einmal abgerissen hattest nein habe ich nicht ich habe ein zweites gebaut da liegt irgendwo noch eins da sind zwei Stück und wir sind wieder, glaube ich, falsch ja, wir sind wieder falsch wir sind wieder in einer ganz anderen Gegend wo waren wir denn? nein, waren wir nicht in die Richtung, ne? müssen wir Map da wurde dann mal falsch ne, jetzt gehen wir mal komplett falsch aber gut ich gucke auf die Map gerade jetzt gehen wir Richtung Stadt ok, dann ja